Wer sich freut, durch hinterlistige Worte gelobt zu werden, der wird meist bestraft. Es war immer ein Junge, der hielt sich für den besten Akrobaten der Welt. Aua! Wow, du kannst aber tolle Kurzstücke. Danke! Kannst du auch in Handstand, denn wenn wirst du den besten Akrobaten wählen? Super, erste Klasse, wundervoll! Danke! Er hat auch der wirklich ecken Akrobaten. Rotor! Danke! Danke! . Danke! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.